So, weiter geht's. Musik ist jetzt nicht so toll wenig Volllevel, aber sie lenkt einen von der Tatsache ab, dass man, dass der Wasserdruck so groß ist, dass unser armes kleines Igel-Gehirn schon längst zerquetscht haben müsste. Oh, eben kann ich hier schneller laufen. Luft. Ganz ehrlich, ich werde jetzt, ich sehe jetzt schon die Kommentare, äh, du müsstest nicht so auf, äh, Luft tanken, aber ganz ehrlich, lieber einmal mehr. Ja, ist einmal zu wenig. Ich ahne, Schreckliches. Ah, das ist auch was er. Richtig geahnt. Ich ahne, wieder Schreckliches. Hm, falsch geahnt. Okay. Ah, wie gemein. Okay, Schalt ist aktiviert, die Ring holen wir jetzt auch noch. Ah, der Weg ist offen. Oh, ich bin jetzt schon froh, wenn es vorbei ist. Dann kann ich mich nicht mehr auf Sonic 2 stürzen. Das Spiel, das mir meine Nickname gegeben hat. Little Tails Fan. Ah! Ah, komm. Äh. Was kommt jetzt? War es das? Nein, war es natürlich noch nicht. Au. Oh nein. Nein! Na, komm. Oh, war mal letzte Sekunde eingesammelt. Ein Ring. Ein Ring. Bitte, bitte, bitte. Ein Ring. Ein Ring. I need a Ring. There is a Ring for me. Da, 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 da. Wow. Wir schützen so die... Au. Nein, nein, nein. Nee, komm nicht weg. Ne! Nein, wieder nicht. Bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln. Ah! Okay, vielleicht doch lieber Stacheln, doch lieber Stacheln, doch lieber Stacheln, doch lieber Stacheln, doch lieber Stacheln. Wir müssen aufpassen, ich denke, er kann uns auch zerquetschen. Was kann uns eigentlich nicht zerquetschen? Ein Ring! Ich weiß nämlich nicht, ob das Wasser, oder wann das Wasser wieder runter geht. Woah! Ich meine, man kann sogar warten, bis das Wasser wieder runter geht, aber... A weiß ich nicht, ob es das tut, und B weiß ich nicht, ob dann die 10 Minuten ausreichen. Ah, ist wieder so ein Alternatiefick. Haha, finished! Woopie! Go back! Woopie! Ich hab's geschafft! Oh, I hate that fucking level. So, I get past Act 1. Tuck! Au! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab nur einmal nach rechts gedrückt, und er rast da ganz... Scheiße! Scheiße! No, 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 no! Später kann er auch über Wasser laufen. Das ist dann richtig geil. Vielen Dank für das bisschen Luft. Nicht gut! Nicht gut! Ahh! Luft, 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 Luft! Dann müssen wir stehen bleiben, sonst kommt keine Luft. Komm schon! Nein, das ist überhaupt nicht ängstlich! Äh, äh, angstbereitend! Nein, kein bisschen! Ich hab mir gerade nicht voll in die Hosen... Ich hab keine Hosen an! Äh, in... Auf denen... ... ins Wasser gemacht! Tagdapdapdapdapdp! Tagdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdapdabdapdapb bobba! == Übersosaurus Tong, Toadadadapdapdapdapdapdkdapdapdapd 내가 die TaufSCills...? Ich höre schon aufzusehen, ist ja gut Danke für die vielen Entgegner Davon hat man ja nie genug, wie war das? Oh mein Gott Hey, vielleicht schaffen wir es wirklich mal Ratsch haben wir eh nicht Wollen wir sagen, 100 Ringe zu sammeln Das wäre nämlich auch echt mal super geil Ein Leben mehr wäre toll Also muss ich nämlich wirklich Also nochmal machen, wenn ich sterbe Ich habe nämlich kein Leben mehr Ich habe wirklich kein Leben mehr Wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles nochmal machen Ist nicht gut Schalter Ich brauche den Scher-Halter Wo ist der Scher-H-H-H-H-H-H-A-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Woopi Ist er nicht? Wo ist der Schalter? Nein Wo ist der Schalter? Langsam werde ich böse. Nein, ernsthaft. Wo ist der Schalter? Oh, Mann. Ich darf mich von dem Spiel nicht stressen. Nein. Ne, ne, ne. Wo fahre ich denn jetzt an, wenn ich Continuum mache? Oh, wieder ganz am Anfang, was? Aber ich habe drei Leben. Also nochmal, Käse. Meine Punkte. Meine wertvollen, unverzichtbaren, beim Endboss absolut nutzlosen Punkte. Oh, what the fuck? Was ist der scheiß Schlüssel? Das würde mich jetzt eigentlich ernsthaft mal interessieren. Ich habe den jetzt echt nicht gesehen. Oh, Mann. Du verpisst das, Sonic. Spring nochmal. Ich bin nicht genervt von dem Wasser-Level. Nein, 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 nein. Ich bin nur genervt, weil ich, äh... nachher noch zu arbeiten muss. Genau. Genau, deswegen bin ich genervt. Haha. Niemals würde mich ein Spiel dazu bringen, nervt zu sein. Wie kindisch bin ich denn? Scheiße. Oh, Mann. Diese Stelle kommt mir extrem bekannt vor. Ich glaube, du überlegst. Ich will doch lieber nur Patrick sein. Ach, schlag mich doch. Oh, ist der Schlüssel. Sorry, Sonic's the key is in another castle. Geht's auch nicht weiter, oder was? Nee. Geht's auch nicht weiter. Hm. Vor allem muss ich einfach beide Gegner erledigen. Das hatte ich für zwei sehr unwahrscheinlich, aber wäre eine Möglichkeit. Ah, Mann! Ich drücke doch nach links. Was? Er hat nicht reagiert. Scheiß Schwung, ey. So, jetzt aber. Ja, witzig. Kein Schlüssel. Hm. Was ist denn geil? Der Schlüssel. Ich bin völlig überfragt, ehrlich. Okay, da komme ich gar nicht durch. Äh. Äh, verbuggt? Haben sie den Schlüssel irgendwie rausgepitscht, oder was? Kann ich gar nicht überfragt sein. Der muss ja irgendwo sein. Oh, wo? Nee, das geht nicht. Hm. Ich hab jetzt noch bei zwei Minuten jetzt ein Safe State gemacht, falls ich den jetzt bei acht Minuten finden sollte. Der muss doch irgendwo sein. Aber da oben ist er nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Hier ist auch kein Geheimgang. Hier ist auch nichts. Ähm. Ich bin fast gewählt, mir ein anderes Display anzugucken. Ich hätte gesagt, hä, wo ist denn dieser doofe Schlüssel? Da bin ich so blind und bescheuert, dass ich irgendwas total übersehe. Du, 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 du. Ich komme jetzt auf die Regenbox, ob die das vielleicht sein könnte. Wie soll man denn darauf kommen? Halt den Knopf gedrückt. Dieses Held habt ihr nicht gesehen. Ich werde ertrinken. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es nicht. Wenn ihr beim Stehen zerquetscht, werdet ihr auch n Ducken zerquetscht oder so. Hey, ich bin nicht getroffen worden. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist Scheiße. Yeah. Oh. Genervt. Ich hasse Sonic 1. Ich hasse Sonic 1. Ich will Sonic 2 spielen. Du, du, geduldig. Du bist belohntes Teil 2. Ein bisschen intelligenter. Oh, natürlich. Die Feuerteile fliegen da durch. Au. Ich hab's kapiert. Ihr wollt mich fertig machen. Moment. Das wollen sie wirklich. Jeder auf der Welt. Au. Ich schaue, deine Kommentare bestehen nur aus Au. Sätzen. Du, 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 du. Du, du, du. Eigentlich hatte ich wirklich genug vorgehabt. Ja! Ah, verdammt nochmal. Am Anfang und am Ende des Levels ein Sätzen zu setzen. Aber ihr seht ja selbst, es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Das hat Mario leider den Tonic-Spielen sehr schnell vorgehabt. Speicherstände. Was? Achso. Nichts zu kürzeln. Oh, Dankeschön. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, oder? Oder? Das war's doch jetzt, oder? Oder, oder? Oder, 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 oder. Ja. Oh, Gott sei Dank. Jetzt nur noch einmal den Käse und dann den Boss. Und dann kommt mir die Schwester, der will dieses Spiels. Ja! Juhu! So macht's Spaß! So soll es sein! Das gehört dazu! Das ist schon das zweite Mal, wie ich dem Spiel heule. Boah! Nase. Bohrer. Nase. Okay, springen bringt gar nichts. Woopie! Woopie! Hihihihi! Äh, ist es hier unendlich? Na, also, ist es unendlich? Aha! Nein! Oh! Oh, ist doch scheiße hier! Mann, nervt mich! Oh, ich komm nicht aus dem Wasser weg! Nein, nein, nein! Ah! Okay, nervt sein von... Oh! Oh! Ich kann nicht aus dem Wasser springen! Komm! Oh, Mann, du verfickter Igel! Ich hasse dieses Level! Ich hasse es! Äh! Meine Fresse! Erf, ich bloß nicht mit dem scheiß Wasser, ey! Wow! Ey, jetzt muss man früher alles in einem Zug durchspielen ohne Safe States. Heiliger Käse! Wop, Wop! Wow! Na, verdammt nochmal! Wuff! Ich muss mir am Auge kratzen! Ich muss mir am Auge kratzen! Ich kann mir nicht am Auge kratzen! Ah! Und hoppsa! Es ist einfach so! Manche, äh, brauchen für Sonic 1 nicht einen Safe States, laufen hier durch, ohne einmal zu sterben. Dafür brauchen sie in Mario Bros. 3 ganz viele Safe States. Und ich zum Beispiel brauche hier Safe States, aber in Mario Bros. 3 renne ich, äh, gut, nicht ohne zu sterben, aber renne ich ohne Safe States durch. Schaffe ich einfach! Wow! Glaubt ihr mir nicht? Werde ich euch beweisen! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Oh Gott, bin mir erschrocken! Ich bin auf den Pause-Button gekommen! Was denn jetzt? Oh Mann ey! Daumen hoch, wer gedacht, das Spiel wäre abgestürzt! Oder YouTube hätte... Genau! Daumen hoch, wer gedacht, das ist YouTube hätte gestockt! Modeln zu sehen! Oh Mann ey! Ähm... Cool, Leo! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba... Bo-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bop-Bo Oh, toll! Ist ja Luft! Hö, Luftkopf! Ai Karamba Ja, geht's noch fieser, ey Ba, 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 da, ba, ba Bum, bum Besser kommt die Wand gleich wieder runter, quetsch Oh, ich glaube, wir sind beim Boss Ich bin mir aber Nichts so sicher, deswegen Äh, dürfte ich vielleicht mal ein bisschen schweben oder so? Ah, ein Save-Pfosten Natürlich, wie freundlich von euch die Sachen coolen da überall zu hängen Aber ich schwöre, werden wir nicht viel schneller von so einem Gertrug in den Kommen, wenn ihr in der Krippe nicht voll mit Müll bauen müsst und einfach wegfliegt? Ja, Mann, aber wo bleibt denn dann der Spaß? Ich verzichte mal ganz vorne aufs Schild So was kann ich gut, ganz ehrlich Ich ahne hier wieder Starke Wow, wow Damit hab ich Ah Klugscheißer Treffer Damit hab ich nicht gerechnet Oh mein Gott, die Starke kommen da jetzt bitte nicht nach, oder? Nein Ich verstehe schon So ist übrigens auch der Boss aufgebaut Dieses Hohsspringen Ah, fuck, ey Ah, da sind wir hoch Oh, scheiße, wie lange mach ich denn schon? Sag mir das doch mal jemand Schnitt Schnitt Jelle Schnitt 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 Schnitt